Hallo liebe SimoScience, wir sind heute hier im schönen Dürko beim Camp Carter, präsentiert von unserem Platin-Sponsor, der OSPA. Am Camp Carter nehmen über 100 Kinder aus ganz Rostock teil. Wir haben für sie Disziplin vorbereitet in den Bereichen Basketball, Fußball und Ernährungslehre. Im Laufe des Tages wird uns Chris Carter von den Rostock Series besuchen und den Kindern Rede und Antwort stehen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit den Eindrücken vom heutigen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kippt das alles zusammen und dann kommt noch ein paar Mal auf. Das Buch ist... ... 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 Perfekt. Das war die zweite Camp Cardo und es war sehr, sehr, sehr gut gemacht mit den Kindern. Ich mag es kennengelernt mit den Kindern und heute sprach ich ein bisschen über mein neues Buch und das war cool und ja, ein bisschen Unterschrift für die Kinder und ja, war gut, war sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.